Hallo, ich bin Maxi. Ich bin hier bei dem Airwasch-Personenhersteller Hader & Steenbeck. Und Lauros und ich werden heute eigene Leinwand zusammengestalten mit Hilfe von Airwasch-Technik in Kombination mit Markern und Sprühdosen. Und ich fange jetzt mal mit der Leinwand an und fange jetzt erstmal an, ein Speed vorzuziehen. In diesem Fall ein ebonischen Style. Wir haben jetzt erstmal im Proben alles vorbezogen und jetzt wird der Hintergrund mit Sprühdose erstmal schwarz eingehen. Hallo, ich bin der Lauros und ich werde jetzt die Leinwand ein bisschen mit Airwasch noch bearbeiten und mit Airwasch ein bisschen verfeinern. Dazu benutze ich die Airwasch-Pistole Evolution Tool 1 von Hader & Steenbeck. Die ist eigentlich für den Sprühdose Airwasch-Mix die geeignetste Pistole, weil die eben halt die pro-pigmentierten Lacke aus den Sprühdosen unverdünnt durchlässt. Also man kann damit alle Sprühdosenlacke bearbeiten oder verarbeiten. Und sie ist lösemittelbeständig, also die Lichtungen gehen nicht kaputt durch die Sprühdosenlacke oder durch Aceton. Ja, und jetzt werde ich erstmal die Flächen, die Claudia, die Menzi jetzt nicht erwischt hat, mit der Sprühdose, wie hier zum Beispiel diese Kanten, die werde ich jetzt mit schwarz und mit Airwasch-Pistole erstmal sauber nachziehen. Okay, also wir wollen jetzt im Hintergrund, nachdem ich jetzt diese kleinen Flächen mit Airwasch gefüllt habe und mit schwarz, wollen wir im Hintergrund jetzt noch ein bisschen Flamm-Design machen, dass also auf der Airwasch-Pistole noch ein paar Flammen kommen und dazu machen wir jetzt erstmal den ganz dunklen Rot und erstmal auch mit Sprühdosen und ein bisschen Rot in den Hintergrund rein. So, jetzt kommt wieder ein noch ein hellerer Rotor und im Prinzip wäre ich jetzt mit meinem Rot und Orange-Spül immer heller, um die Flammen etwas und mal mehr leuchten zu lassen. Und zwar noch nicht mit der Flammen-Wilben-Weilung-Weilung im Hintergrund, auf der es sind zwei Arb-Wasch-Pistole noch ein paar Worte sein. Und zwar noch meine Flammen-Wilben-Weilung im Hintergrund, Wir chlorfen-SYNG-X-I-Eisen, wo ich mich auf das ist. Wir müssen jetzt noch nicht mehr, wir müssen noch nicht mehr, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.